Der muss mit Gotenks und Gohan. Dann nehmen wir noch mal den Virus mit. Virus Summer. Feldsebene. 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 Wer ist unten links, die Katze? Beerus. Der ist der Gott der Zerstörung. Der ist eigentlich krasser als alle. Der ist krasser als alle. Naja, irgendwann ist Son Goku krasser als er. Ja, wenn er blau ist oder sowas, oder? Ja, genau. Aber wie geht der zusammen? Ja, aber dann muss er noch zum Super Saiyajin Gott werden. Und dann noch zum Super Saiyajin Gott Super Saiyajin. Blickt einer durch, ne? Was war das denn jetzt für ein lepscher Move? Na, komm. Ey, das kann nicht sein. Der ist so scheiße. Ey, der ist so behindert, dieser Typ. Wo ist genauso kacke. Ne, wo ist geil. Guck, bam. Ey, der blockt einfach alles weg. Ach, shit. Errat, siehst du? Ach, shit. Errat, siehst du? Nein. Okay. 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 Aber das war auch kombiniert mit Sam Goku's Stärke zusammen. Ja. Was machst du denn jetzt? Ja, genau das kannst du nämlich auch. Du blockst das ab? Ja. Ich lauf da voll in die Scheiße rein, ey. Ich habe nur ein gutes Gefühl, dass die Welt sich zerstört. Ja, ne? Dann mach das. Hm. Hm. Okay, das heißt, der ist auf jeden Fall übelst krass. Der, der, also in der Serie ist der richtig. Gibt's nicht den, äh, über Gotts und Goku? Doch. Ich dachte nicht, dass das nicht der Power ist. Der? Ach, ne, den hab ich, äh, ne, hab ich nicht. Ist DLC-Content. Glaube ich zumindest. Ja, das ist... Ja, klar, dass ich verliere. Ähm. Guck's jetzt, wer... Oh, ne, der kommt leider nicht rein, weil das über 1,20. Hahaha. Super Saiyajin. Habe ich ihn nicht ausgewählt? Was denn? Ach, ne, du hast ja gesagt, wer ist es. Und der rechte ist mehr gewesen. Was denn? Das ist der Gott der Zerstörung. Nee, der kleine Junge. Ach so, Trunks und Son-Gohan. Trunks? Der Sohn von Vegeta. Der Typ mit dem Zauberstab ist so Wiz. Auch ein krasser, oder? Äh, ja. Der ist krasser als Virus. Weil, ähm... Der hat ihn trainiert. Ja. Warum steht der dann einfach nur da so gut dann? Ja, weil... Ja, weil... Ja, hat's ja nicht nötig, ne? Du bist ja nicht nötig. Oh, das ist ein krasser. Du bist ja nicht nötig. Du bist ja nicht nötig. Du bist ja nicht nötig. Bebebebebebebe Ihr wart rund fünf Minuten, bis du runterkommst und dann machst du so kackt Wir haben die auch immer doppelt? Jaja, die haben die Stimme gedoppelt Ja gut, okay, ich hab ja noch zwei Was ist denn was los heute? Ich hab so ein... Leichterhandling Achso, ich glaub vielleicht hören wir einfach auf, bevor die Scham zu... Oh Gott ey ...zu krass wird, weil es steht 7 zu 3 Vielen Dank fürs zu gucken, bis zum nächsten Mal, tschau